Hallo Jungs! Leider können wir am Sonntag nicht im Stadion sein. Auf diese Wege drücken wir euch die Daumen und viel Erfolg gegen Bayern. Ja, dem schließe ich mich an, hier meinem neuen Co-Trainer. Wahre Worte, gibt alles. Am Ende wird man sehen, was dabei rumkommt. Mauri, zieht die Tormannhandschuhe schon mal an. Die Neuen am besten. Und ja, Teamgeist und ja, ihr werdet es packen. Toi, toi, toi!